Ich mein natürlich Verpiss dich Aber sonst geht's dir gut Okay Ich hab grad Regel Nummer 2 missachtet Doppelt halt besser Jetzt war's dreifach Ja, ich möchte speichern La da 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 La da 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 La da 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 Hm 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 Ah bitte iss mich nicht iss mich nicht iss mich nicht Oder was? Nö Gott sei dank Ha Hattoh Ähm Was? Platine fehlt? Ich hab doch eine So, da hat er auch nicht gefehlt Da 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 Am bisschen renne ich's durchs Glas Computer der Monorail-Steuerung online Bin gut, hä? Schiff 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 Gehen sie zurück zu Kalin und beretten sie den Staat vor Wir sehen zu was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach Wenn wir so lange leben Das ist doch wahnsinn hemmend Selbstmord? Wir werden hier sterben Alles vertrauen in mich wurde zufrieden mitgenommen ist Daniels Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun mit ihnen oder ohne sie verstehen wir uns? Bringen wir uns einfach lebend hier raus Bringen wir uns einfach lebend hier raus Ich glaub da kommt was Doch nicht Cool Bin jetzt fest davon ausgegangen Feuer war hier aber heller Habe ich dann nicht den Kopf ab... abge... Ja bang Mami Geh zu, geh zu, geh zu Da kommt bestimmt was, hä? Ich wette mit euch Ich wette mit euch Mit euch, ich wette mit euch 100 Euro Ha, ich wusste es Okay, was war das? Was war das? Hat keine Lülle Geschmack gehabt auf einmal Haja Pisser Wollt, ja Hä? Hä? Jetzt wirst du immer so stark Woah, woah, woah Geht's doch Okay Okay, das war strange Als hätte ich's geahnt, hä Woah Alter Aber ich lauf schon noch richtig, oder? Ah ja Isaac Hä? Wir haben's auf die Brücke geschafft Das ist ein Albturm hier Kein einziger Überlebender Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen Wünschen Sie uns Glück Viel Glück Aufstamm Schön Speichern? Hä? Ja Da 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 Sooo Okay Ich hab doch grad was gehört Da ist doch was Oh ja, du Pisser Oh ja, du Pisser Come away, Shay Woah Okay Regel Nummer Vier oder Fünf Okay So, und jetzt mach das Schiff irgendwie wieder startklar Ich mein Sieht ja echt gut aus Das ist ein echt guter Verfassung Ne? Tatsächlich Und dann das Spiel vorbei, wa? Na dann Raus aus dem Schrotthaufen Laden? Äh ja, lad mal Schatten Woh Heiß, 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 heiß Scheiße, scheiße, scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Ja, ich will ja, ich will ja Woh Oh shit Ah ja, natürlich Oh Oh Das waren sie aber nett, oder? Ahahaha Ja, komm So lang, bis dich nicht mehr bewegt Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen Kendra Ja Nein, Hammond Das ändert alles Lassen Sie mich doch nachdenken Ich war's nicht Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts, ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Käptens Und, wo ist der Käpt'n? Hier ist der Käpt'n Benjamin Matthias Aufenthaltsort Matlab Status Verstorben Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen Finden Sie den Käpt'n, dann haben Sie auch seine RIG Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner Ach shit Was? Isaac Ich schicke Ihnen die Monorail zurück Gehen Sie zur Kontenstation und finden Sie seine RIG so schnell Sie kann Was war das? Alles klar Ähm, what's your back? Regeln macht hier oder so? Toll Gut Hoffentlich überleben Sie es Ich bin hier ein bissel aufgeschmissen, gell? Credits Credits Jetzt kommt bestimmt der Der Verkäufer Der Waffenverkäufer oder so Gibt mir Gutes Zeug Hahaha Klar natürlich Okay Ach, jetzt darf ich auf die andere Seite auf einmal So, dann Auf jeden Fall Ja, ja Ja, ja Natürlich Vielleicht lege ich sogar lieber noch Ein zweites an Falls mir der Rechner abschmiert oder so Lada da War ja nicht das erste Mal Da muss ich hin, also Geh auf Geh auf Was? Inventar So Öffnen? Ja Öffnen? Ja, mal raus Ich wusste es 100 pro Ach Medipack Hoh Medipack groß Dafür schmeißen wir ein Kleines raus Oh, ich brauche unbedingt Mehr Platz Also bei den Damen Just Eat me Nein, das möchte ich nicht Woher Ne Ah, da mein Vorschlaghammer Okay La di la la di du la di di Beben sie mich hoch, Scotty Ey Da hast du maximal Last Willst du sagen, ich bin zu fett? Gehts noch? Bing Warte Wenn ihr in der Tafon ist, können die Objekte im Safe abnehmen, den Sie bei Ihrem Shop im Schiff aufrufen können Okay Und wo ist der? Das da? Ach ne, hier Cool Ja, bitte 21.400 Credits Das ist doch schonmal geil Was? Ich bin da Loll Fett Strahlenkanone Slicer mit breitem Strahl Zeitgesteuerten Min Hübsch Impulsgewehr Militär Sturmgewehr mit hoher Feuerwarte Geil Anzug Level 2 Erweitert Inventarslot zum Panzerung Ja Schnell Ich krieg noch die Krise Okay Hoppla Isaac wird kopiert Yeah, jetzt bin ich mega death, Isaac Fett Sehr hübsch So, weiter geht's Schocken ist toll Plasma-Energie Für die Plasma-Karte Medipack, Luftkanister Strasse-Pack, Energieknoten So ein Energieknoten wäre natürlich auch cool Oh, ich hoffe jetzt schnell meine Skillung weg So, bei mir Jetzt habe ich mittel, 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 klein, klein Verkaufen Ja Braucht kein Mensch Plasma-Energie Ich grabe mal einen Schuss Ah, der kann weg Knoten habe ich keinen Ich muss mal gucken Vielleicht lohnt sich das jetzt Knoten zu kaufen Weil die sind verdammt teuer Was da eigentlich was drin Oder war ich da gerade eben schon drin Weiß gar nicht Hm Knoten sind verdammt teuer Bitte seine zurückgesetzt Äh, Rick Cool Ich bin jetzt zurück Zwei Stück brauche ich Okay Ich kann aber auch Kapazität verbessern Aber eine zweite Waffe wäre natürlich auch nicht schlecht Ich glaube nicht, dass man die findet Obwohl den Plasma-Cut habe ich auch gefunden Dann würde ich sagen Energieknoten Und mit Waffen warten wir mal noch Vielleicht findet man ja noch Waffen Werkbank Version 4.1 Yeah Äh, meinen Rick hätte ich gern getupt Ja Sehr freundlich Sehr freundlich So Speichern Oh, ne Okay Gut, dann fahren wir halt Wo fahren wir hin? Oh, Kapitel 1 Neuzugänge Abgeschlossen Gott, sind wir gut Ah, speichern Heia Uh Putain, Mama Ja So 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 So